Guten Tag Leute, wir sind... Herzlich Willkommen zu einer zweiten Folge von der Survival Projekt Tour Ja Und die man heute... Heute machen wir ein bisschen die Insel umkrempeln, aber erstmal nicht gleich, es ist gerade Nacht Ich hab roher Fisch, ich hab rohen Fisch Oh, da ist aber viel Fleisch War das laut? Ja, der ganze Fisch gehört mir, okay Wir können uns Betten machen, nur so Ich brauche ein Bett, ich brauche ein Bett Ja, dann bau dir doch ein Bett, ich hab da andere Kiste Andere, fast Ja, fast Für dich auch ein bisschen essen Ich weiß schon, was ich mache, weißt du warum? Ich baue hier unten mal eine Kuh Ich baue hier unten mal eine Kuh Damit wir unsere Betten reinstellen können Ja, und ich sag nur, ich baue mal die, ich baue mal die, ich mach mal die Insel umbauen, also umrüsten Jetzt doch noch nicht, heftig doch, warte kurz Komm, gehen schlafen Ja, chill Ich baue hier unten, damit wir unsere Betten hier unten hinstellen können Ich schlafe doch schon Ich weck dich Los Ja, chill Los Los Chill, dann mach ich das gleich eben halt Ja, so Du hast wieder die Frau als Skin jetzt bei mir Warum? Ey, hä, ich hab mein eigenes Tier in der Du Bei mir nicht Hast du gerade mein Bett klauen? Äh, wo kommen die Betten hin? Ja, so ganz in der Nähe Da rein Junge, warum ist es so dunkel? Ja Willst du etwa in Helligkeit pennen? Ja Ich wollte schon gerade sagen, warum so nah Okay, let's go, komm Wir bauen Spawn point setzen Spawn point Ja, ich bin nicht spawnd, also wieso auf der Insel? Nein, also wenn ich mich umkrempel dann nicht mehr Das wäre unfair Das wäre unfair Dann such ich meinen, hörst du? Ich wollte damit umbauen Nein, ich schaff das alleine Nein, leider, ich häckle dich, ich häckle dich Ich will bauen Eisen, eh Eisen Ja, gut, dann Gehen wir halt meinen, Leute Also du ist mein Ich mache Bauen Habt ihr gehört, er will mich nicht bei sich haben, Chat? Oh Nein, nein Nein, nein Nein, ist so ein Alles gut Alles Bluto Bist du morgen Bist du morgen Ein Brat von Bekommen? Nein, habt ihr gehört, Chat? Er droht mir auch noch Ach, halt den Zappel, du weißt, was ich meine in diesem Spruch Ja Kennst du nicht diesen Spruch von Kevin? Welchen? Nicht schon, Willy Brandt von Nein Ernst noch nicht? Nein Im Ernst? Ja Im Ernst Ernster geht's kaum Ich hab gar keine Fackeln Ey Max Das wird jetzt ein Problem, Max, weißt du warum? Warum? Haben wir überhaupt noch Fackeln? Haben wir überhaupt noch Kohle? Das wird jetzt eng Ich weiß nämlich nicht mehr, Chat Ich weiß es nicht mehr, Chat Weil hier Ich muss eigentlich vermeiden, heute ins Krankenhaus zu kommen Aber ich meine, irgendeiner müsste Schauen Eieiei, was denn da Nicht so laut Ich sag Ihnen das jetzt, aber die Mutter hat auf das Voll ever Verstanden Jetzt sagen Sie mir doch erstmal Mein Sohn an den Arm gegriffen Und dann haben wir uns ganz schnell gedreht Wir nennen das das Helikopterspiel Helikopter, ich verstehe schon Aber Ihr Kind sieht sehr jung aus Wie alt ist er denn? Er ist, äh, drei Wochen alt Sie haben mit Ihrem Säugling was gemacht? Das können Sie machen, wenn Ihr Kind älter ist Aber doch nicht mit drei Wochen, verdammt Ja, und das ist doch nicht alles Ja, das habe ich mir bei den Verletzungen schon gedacht Was ist denn noch passiert? Ja, beim Drehen habe ich wohl den Grip verloren Und da ist er wohl weggeflutscht Moment mal Oh nein Ja, und dann, ich würde schätzen Mit 180 kmh in die Vitrine geknallt Oho Meine Frau erfährt Um Gottes Willen, wie geht's der Vitrine? Jürgen Ja, mein Gott, die Nachbarin hat Ja, und dann, ich würde schätzen Mit 180 kmh in die Vitrine geknallt Oh, das ist meine Frau erfährt Um Gottes Willen, wie geht's der Vitrine? Jürgen Du, ja, mein Gott, die Nachbarin hat mich gerade angerufen Angeblich hat sie unser Sohn verletzt Oh, oh Oh, bitte bleiben ruhig Ist so eine ganz kleine Verletzung Jürgen Wie sieht der Kleine denn aus? Oh, 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 oh Jürgen Okay Okay Ganz ließen da, hörst du? Ne? Oh, die Hier vorstieg Oh, da muss doch ein CT oder so gemacht Dass er eine dauerhafte Gehirnschädigung hat oder sowas Ja, oder? Ah, nee, alles gut, es war nur ein kleiner Spaß Muss auch mal sein Wenn sie meinen Jungen nicht anständig versorgen, dann kriegt ihr allein mit der Bratpfanne Bis schon wieder, Doc, bereite den OP vor Kennst du das? Naja, aber jetzt Verstehst du das? Ja Wir sind liebens, das ist so witzig, oder? Ja Nicht schön, wie das in die Bratpfanne! Hä? Hä? Hm? So, jetzt kommen wir zu mir und jetzt bauen wir von hier 30 Blöcke unten und dann bauen wir in diese Richtung Okay, 30 Blöcke unten Ja Also mindestens 30 Blöcke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 28, 29, 29... Eisen! Haha, perfekt! 27, 28... 29... 29... bzw. ob ich x will habe. Und jetzt bauen wir einfach... Warte, ich komme mal gleich. Spreng mal runter. Nein, ich sterb ja gleich sofort danach. Warte jetzt. Und jetzt guck mal, wo bist du? Hier. Guck mal nach oben? Ja. In welche Richtung guckst du gerade? Genau, und dann in diese Richtung, wo du abgebaut hast, brauchst du jetzt unendlich, bis du irgendwann Land triffst. Bis ich irgendwann Land triff, okay. Oh, Eisen gefunden, Chad! Haha, perfekt! Obwohl, es wird gerade nachts, aber egal. Egal, Max. Ab Companies. Elizabeth! Keir, 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 Keir. м ich komme gleich ich kann nicht mehr auch Leute Max hat mich gefangen genommen Max hat mich hier einfach unten eingesperrt er wollte mich loswerden dann haben wir gesagt ey bau dich mal 30 Blöcke runter und baut da oben jetzt bald ein Gitter hin Wetten? Nein! Ja ja Scheiße Ich war noch halb abgelenkt auf einmal sehe ich da wie du da läufst und mir irgendwas auf den Kopf ballern willst Was ist das denn? Max wollte mich mit dem Stein erschlagen mit Sand wieder Sand der erschreckt mich doch nicht So jetzt machen wir Kisten umfüllen und danach geht es weiter Ich bin runtergefallen Spaß Ey beruhig dich beruhig dich beruhig dich beruhig dich beruhig dich Ich bin noch ganz ruhig eh das muss sich sehr ruhig an ok Is wachs ruhig glaubt ihr das auch Chat? Nein So ich ballere das alles hin da 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 Hier kommt noch eine Bäbyschildkröte Guck mal hier ist noch eine Bäbyschildkröte Ich will aber einen Axelotl haben! Ein Maskottchen! Du willst einen Axelotl haben? Ja! Wie gemein! Was denn? Ich mag Axelotl oder du nicht? Ah die sehen auch! Wünsch mal sehr! Sehr! Ja ich weiß! Du hast schon ein Bild von meinem Fügt bei hier so ein Schlimmes Axelotl Bild ein! Nein! Nein! Dann kannst du den Kanal aufgeben weil der YouTube dann sagt Nö! Okay Leute! Ah! Der scheiß Hedler! Verschwindet aus unserer Höhle! Ist der gerade reingegangen? Ja? Ist der reingegangen? Jetzt muss ich springen! Wie springen? Max haben wir Wasser? Dann kann ich ein Water-Emergy machen! Nein! Warte! Mach einfach so! Springer weiß! Mach einfach so! Springer weiß! Du bist! Ich wollte grad sagen! Nimm das so lebst! Hast du genug Spitzhangen eigentlich überhaupt? Ja ich hab gönnen den! Ah! Weil ich lauf weiter runter! Ich voll Idiote! Ähm! Hä? Hä? Komm einfach zu mir! Ja! Warte kurz! Ich hab die Orientierung in der anderen Höhle verloren! Weil ich hier nicht mehr lang lauf! Das macht doch keiner! Ich hab die Orientierung fast verloren! Ah! Ich hab mehr Leben gehört! Ich geh nicht auf doch falsch! Mal wie viel Herzen hast du jetzt? Also mindestens doppelt! Doppelt? Also doppelt so viel Herzleiste? Ja! Dann kann ich da runter springen und überleben! Jetzt komm doch her! Ja! Dinger ich hab die Orientierung in der Höhle verloren! Ist das ernst? Ja! Ok lebe wohl Max! Warte! Ne warte! Bisschen warten bis die anderen Herzen aufgefü- aufgefüllt sind! Dinger die sind in 30 Sekunden weg! Achso! Ja darum sind die jetzt weg! Ok ready! Halte die müssen sich auch auffüllen! Ein ganzes Herz habe ich! Auf 18 Sekunden! 15! Springe! Scheiße reicht nicht! Hast du das erlebt? Ne! Hä? Ne hab ich leider nicht! Ich weiß auch nicht warum! Ah jetzt weiß ich's gut! Ich hab wieder die Orientierung! Ich hab einfach nicht überlebt! Stell dir das mal vor Max! Mit zwei Herzen mehr! Weißt du was ich jetzt einfach mache? Springe! Ich bin ja nicht dumm! Springe jetzt! Dinger! Wie er mich schubst! Ich hab überlebt Max! Ich bin der beste! Na Spaß! Wie viele Herzen hat das noch übel gehabt? Äh 3! Ich hatte genug hab 3 Herzen gefühlt verloren! Hä? Ich weiß auch nicht warum! Egal! Vielen Dank! So Leute! Dann geht's jetzt weiter gebuddelt! Jetzt wird sowas von weiter gegraben! Das könnt ihr euch gar nicht ausmalen wie krank! Wir weiterbuddeln! Bei der Buddeln! Hey Max! Hä? Ich hab ne Höhle gefunden! Nicht schlecht! Ich hab... Ich hab ne Eisen gefunden! Smaragde! Gold! Nee noch nicht! Aber fiel schon etwas aus! Weißt du ein Smaragd? Erz? Ja! Ja! Den kannst du doch nur mit einem Eisspitzack abbauen! Soll ich abbauen? Nein! Oh nein! Nein! Lass mich du scheiße mit dem Zombie! Ah! Jetzt kommst du nicht mal weiter du dummes Ding! Ja! Haha! Ich bin halt besser intelligenter! Ah! Oh fuck! Nein! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Ah! Was fühlt sich einmal überlegen! Ich hab... Scheiße! Hm... Komm mal ganz schnell zu mir! Ja! Ich renne ja schon! Es kann noch ein bisschen dauern! Danke! Ah! Über... Überfall! Max! Überfall! Und wo sind die Spass? Oh nein! Max, wir sollten laufen! Max! 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 Haaaah! Verschickt dich auf den Wunner! Was? Verschickt dich auf den Wunner! Jawoll, Anführer! Ich schlag mit Fäusten auf euch ein! Mal ziehen euch! Ich hab keine Waffen! Außer das hier! Hup! Oh! Oh! Das ist mein Helm! Hast du jetzt! Okay! Oh nein! Der nächste war... Weißt du was wir jetzt machen? Hä? Okay! Wir holen uns Erde und bauen die zu, die Dorfbewohner! Warte! Wo ist die nochmal jetzt? Was? Ich greif die an, Max! Beschütz die Dorfbewohner! Ich hab sie beschützt! Hey! Da ist ein... Oh! Du bist smart! Was? Was bin ich? Du bist smart! Warum? Die ist doch so ein Typ! Ich hab ihn auch gerade hier rumlaufen sehen! Das ist bei uns! Da ist ne Babyschildkröle! Ich hab das Gefühl die sterben! Wer sterbt? Die leben doch noch! Gut ich hatte kurz Angst! Mach doch jetzt zu! Ich kam doch nicht rein! Ah! Da ist ne Babyschildkröte! Beeil dich! Komm! Beeil dich! Die kommen und töten dich! Hallo! Was denn? Ah! Ich schlag dich! Oh! Ah! Jetzt kommt ihr von da! Ihr kleinen Loser! Wir machen euch! Ey! Geh weg da! Bamm! Einer noch! Wo kommt denn dieser Riesenbulle? Kommst du hier noch! Wo ist denn eine? Hey wo ist denn? Der wird schnell! Komm her du kleiner Ehreloser! Oder ich mach dich fertig! Hä? Wo ist er? Hä? Hab ich mich gehört? Ey versteck dich nicht! Ey der ist weg! Der Raid ist zu Ende! Ne! Nein wir sind außer Reichweite! Wo ist denn dieser Nah? Ich mach dich fertig Kollege! Versteck dich nicht du weiche halt! Hä? Hä? Hast du das auch gehört? Ja! Wo bist du? Du! Ich will dich töten! Ich will dich töten! Bin ich wie ausgeflogen? Du bist rausgeflogen ey! Hä? Ja die Bibelschnittgröne hat es geschafft! Los! Ich wollte schon grad sagen! Fahr mit deinen Eltern! Fahr mit deinen Eltern! Aber das ist ja nicht deine Eltern! Fahr mit deinen Eltern! Hä wo ist der? Weiß ich nicht! Ich drehe jetzt... Wir drehen aber die gesamte Insel um! Ist das unser... Ist das hier drin? Ich... Da wollte ich grad auch gucken und... Ich geh mal kurz... Komm her Bruder! Komm her wenn du dich traust! Komm her! Wo bist du? Komm her! Trau dich doch! Trau dich! Komm her! Komm her! Trau dich! Ey wenn er wirklich so tief reingelaufen ist... Dann... Dann zerstöre ich diesen Typen! Dann nehm ich ihn auseinander! Wo bist du Kollege? Hä? Hier ist er nicht! Hier ist er nett! Hier ist er nett! Hier ist er nett! Ich seh ihn nicht! Hä? Ich auch nicht! Hä? Ich auch nicht! Ey... Ich check's nicht! Wo ist der hier drin? Der ist einfach gef... Ich hab auch einen Smaragd! Hä? Wo ist der hin? Der ist einfach gef... Alter! Wo bist du? Mann! Ich auch! Wo ist dieser Typ hin? Nein! Ich hab ihn nicht gefunden! Ich hab ihn nicht gefunden! Ich hab ihn nicht gefunden! Häääaaa? Ist das ein BAK? Glaubst du dass der bei unseren Kollegen da drin ist? Ne, sonst ist er längst tot! Würden wir das mitkriegen, dass sie draufgehen her? Ja. Hä? Diese kleine Lula-Fünfziger, wo bist du? Traust dich nicht. Komm her. Wir tun dir auch was. Ich höre doch den. Ich höre doch den. Ich doch auch, aber ich sehe ihn nicht. Aber es ist wie deine Babyschildkröte. Ich helfe dir. Also, weißt du, wo er drin ist? Ey, darf ich mal gucken? Komm her. Wo bist du? Ah, ich sehe dich. In unserer Höhle. Dann guck her. Komm her. Du willst mich doch verarschen. Wie ist er denn da reingekommen? Das ist ein Dreibeleck, der hier oben. Erschost. Sieg! Max, wir haben gewonnen. Max, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich mal wieder hochkommen. Feuerwerk! Guck mal! Feuerwerk! Guck mal! Ja, ich seh's. Endlich, meine Fresselecknummer. Hä? Ja. Der eine Vieh war so scheiße verdeckt. Puder. Okay, Leute. Das war das Video von diesem Video. Es war einfach, ja, auch schon wieder. Es war stressig am Ende. Das Suchen, aber. Trotzdem. In nächster Folge geht es weiter mit dem Tunnel und mit der Insel ausbauen. Richtig. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Und schaut gerne auch bei mir vorbei. Ciao.